Hier haben wir die Halle, hier spielt dann abends eine Band oder draußen in der Bar ist super schön hier und da ist die große Bar da hinten. Da hat man dann ab 19 Uhr das All-Inklusiv auch die Cocktails und vor 19 Uhr sind nur Longdrinks mit dabei. Das muss man hier wissen, dass man das gleich mit dabei hat. Hier wird man dann auch schön bedient, man kann sitzen bleiben wird bedient oder man setzt sich an die Bar. Und die hat von 8 bis 24 Uhr die Bar hier offen mitgetränkt.